Nikita Ignatieff. Die Dinger waren sein erstes Gerät heute, 14,8. In Qualifikationsdurchgang 1. Auch er, mit dieser Schwalbe bei der Nuyen, höchste Anstrengung. Vor allem über lauter Anstrengung dürfen wir auch das Schnaufen nicht vergessen, das hat er jetzt hier laut angezeigt. Sonst haltet man das gar nicht durch. Eine Ringjubig geht nur, etwa 50 Sekunden. Aber trotzdem, die 10 Elemente, wie dieses Element, höchste Anstrengung. Da gehst du eigentlich voll ans Limit und im letzten Moment, wo du nicht mehr kannst, löst du das Element auf und konzentrierst dich, damit es ins Nächste geht. Ausgang, höchtreiben, der Zuckerhaar angestreckt.